zu machen und mir hat jemand heute total jemand eine freude gemacht und zwar das ist das ist das ist das ich da in der hand halte ich habe gerade vorher da auf dem food sharing stand habe ich einfach nur in dieser halb dunkelheit irgendwas auf mein brot geschmiert und das war einfach die fucking beste marmelade seit jahrhunderten und das erstaunliche ist die wurde nicht gemacht aus super frischen früchten die direkt vom baum gepflückt wurden und im aufwändigen verfahren dann irgendwie besonders fein püriert und das war wegschmissen ja das ist möglich und unsere kerstin hat daraus wirklich die sensationellste marmelade der welt gemacht und ich sage vielen lieben dank macht anderen leuten auch so eine kleine freude und sie werden solch irrsinnig danke danke dass ihr heute da war ihr seid wie immer ein wahnsinns publikum tschuldigung für die kleine technische schwierigkeiten am anfang wir bedanken uns auch dann an die friedens radio die waren die die diese konferenz schaltungen am anfang gemacht haben in die ukraine bleibt dran es wird in den nächsten wochen spannend bleiben danke danke